Jo Leute, was geht's? Sky Apps am Start, Leute. Heute wieder mit FIFA 20 Mobile Korea, Leute. Boom, auf jeden Fall werden wir heute wieder Totspacks öffnen. Und zwar heute ein neues Stück und werde ich auf jeden Fall noch heute meine Liga vorstellen, meine geile Liga, die ich gründet habe. Ich habe gestern schon im Community Tab gepostet, dass ich eine Liga gegründet habe, die heißt hier, Leute, ich werde es auf jeden Fall später zeigen, was ich auf jeden Fall auch noch sagen wollte, Teams bewerten, also Teams zuschicken. Ich wollte ja am Donnerstag, ich werde eure FIFA Mobile China Teams, also wenn ihr auf jeden Fall ein China Team habt, könnt ihr euch auf jeden Fall zuschicken auf frankmeyer167.com, auf jeden Fall noch unten in der Videobeschreibung verlinkt, also meine E-Mail und auf jeden Fall Instagram auch noch, also da könnt ihr euch auf jeden Fall auch hinschicken. Ich würde natürlich gemeldet bevorzugen, weil natürlich die Bildqualität besser ist als bei Instagram, Leute. Genau, was ich sagen wollte, es hat einer oder nicht der Quatsch der Beast Mobile, hat auf jeden Fall Sky Apps Clips den Kanal aufgemacht, wo ich, also schöne Clips von Skywalker von mir auf meinem Kanal hier, könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken, Leute, ist auf jeden Fall in jedem Video in der Videobeschreibung verlinkt, Leute, Sky Apps Clips, also auf jeden Fall da mal auschecken. Genau, coole Idee, finde ich. Also wie gesagt, FIFA Mobile China Teams, jetzt bitte auf frankmeyer E-Mail senden oder auf Instagram. Genau, und morgen geht es dann Schlag Sky Wars Angriff wieder, also wieder das internationale FIFA Mobile. Genau, ich habe mich dazu entschlossen, auf jeden Fall heute nochmal Korea zu bringen. Gut, Leute, auf jeden Fall würde ich sagen, Grüßlinge, als erstes hier den Brandon. Gut, kannst du auf Insta schauen, ich habe dir mein Team geschickt, ähm, kannst du mich morgen grüßen? Sag ich grüß, Brandon. Genau, so, der nächste ist hier der, 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 Lenny Heinz, kannst du mich morgen grüßen? Ich werde so oder so nicht drankommen. Lenny? Ähm, PS Guy, wie viel wiegst du? Ähm, auf jeden Fall, wie viel wieg, ich habe mich jetzt schon lange nicht mehr gewogen, keine Ahnung, ein, zwei Wochen nicht mehr oder so. Aber ich würde mal sagen, so unter 80, vielleicht 78, 79, irgendwie so. Und ich bin ja 1,80, von daher, ja, gut. Also ungefähr so um die Dreh. Gut, Leute, als nächstes würde ich sagen, hier der Robert Gittermann. Ich habe mich schon mal grüßt, Sky macht einen Schrank auf, während ich jetzt nicht mache. Ähm, hier ist ja mein Schrank. Ähm, kannst mich grüßen, sei auf jeden Fall grüßt. Und als der Freude ist der, ja. Auf jeden Fall hat mich der Dennis Mubber wieder geradet. Ist langsam auch Tradition hier, auf mein neuestes Video immer geradet zu werden. Ähm, genau. Nächstes nehme ich der, ähm, äh, ne. Genau, der Grof94. Hi Sky, grüßt mich, sonst bin ich traurig, Kapi. Haha, Kapi. Gut, Leute, das würde ich sagen, schauen wir erstmal in die Liga. Wir können auf jeden Fall eine Anfrage gesticken, wer Vivo Mobile Korea hat. Ähm, ich habe mich auch viele gefragt, wie ich das runterlade. Ähm, das Vivo Mobile Korea. Ja, also auf jeden Fall bei TapTap, ihr müsst bei Ruhe eingeben, TapTap, ladet euch TapTap unter. Und dann auf jeden Fall auf TapTap, dann auf jeden Fall Vivo Mobile, äh, oder, ja genau, Vivo Mobile, eingeben. Auf TapTap und dann müsste das eigentlich kommen. Nämlich hier, da ist nämlich Heung mit Sonn drauf, bei FIFA Mobile Korea. Ja, genau, also auf jeden Fall heißt meine Liga hier Skywalker Army, ähm, auf jeden Fall sind schon 5 Leute drin, nämlich der Miss Einhorn, YouTube, Benny, ne, Bemni, ähm, Rian Lim und der Joshua sind auf jeden Fall schon drin. Also wie gesagt, die können auch gerne nachjoinen. Ähm, genau Leute, das soll es auch erstmal gewesen sein. Wir gehen jetzt tot, Leute, wir gehen jetzt tot. Auf jeden Fall gibt es auch noch andere geile Events, aber die werden wahrscheinlich nicht so oft häufig zocken. Ähm, es gibt auf jeden Fall die K-League und die Bundesliga. Ja, ich bin gespannt, ob es dann noch andere Ligen gibt, zum Beispiel Premier League, Serie A, ob sie noch, ob die noch kommen, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Ob die noch kommen. So, gut Leute, ich würde sagen, wir öffnen die Packs. Wir öffnen die Packs und, Leute, die Chance lebt ja. 86 bis 96er, neun Packs können wir öffnen heute. Ha, 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 huu. Neun Packs, ich habe eher sieben von den, ähm, Todspunkten, genau von denen hier. Die Todes Ultimate Punkte. Oder für jeden Fall noch neue 20 von den Bundesliga-Punkten. Also, Leute, 20 Packs werden, äh, neun Packs werden wir heute öffnen. Und vielleicht haben wir ja heute wieder Luck, Leute. Heute, wie gestern, als wir Haaland gezogen haben. Bitte, bitte, wir öffnen noch mal neun Packs. Leider kein Spieler, ein Todspunkt. Auf jeden Fall kann man ja die Todspunkte, ich zeige euch noch mal kurz hier, wie viel Zeit? Wie Minuten? Easy peasy, limit's crazy. Ha, genau. Auf jeden Fall sind hier Todspunkte. Kann man hier für 125 Skillboost hier 50 Todspunkte einlösen. Also, die haben wir auf jeden Fall Lock-off-Lockerspalt geschafft. Ähm, und vor allem auch die Coins. Man bekommt auch schwierig Coins, finde ich, bei FIFA Mobile Korea. Man bekommt hier einfach bei 50, erst, Leute, bei 50 Stück, bekommt man hier erst 500.000 Coins. Da denke ich mir so, okay, kann man mal machen. Gut, Leute, als nächstes würde ich sagen, nächstes Pack. Ähm, wir machen als erstes mal die nächsten Bundesliga-Punkte. Nicht Todspunkte, sondern die Bundesliga-Punkte. Komm, bitte. Hier, Leute, bitte, 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 bitte. Ein Spieler, bitte. Und, leider kein Spieler. Wir haben auf jeden Fall gestern elf geöffnet, und heute neun. Ähm, wir machen insgesamt 20. Und wenn wir aus 20 einen Spieler ziehen, als ob. Also, wir müssten heute noch einen Spieler drin haben. Ähm. Also, es müsste eigentlich, rein theoretisch, da ein Spieler heute drin sein. Auf jeden Fall würde ich schon mal kurz gucken, hier bei der K-League. Also, man merkt schon, ähm, die K-League, warum K-League? Man merkt schon, dass das die koreanische Version ist von FIFA Mobile. Ähm, hier sind nur koreanische Spieler. Dann denke ich mir so, okay. Okay. Ähm, genau. Da frage ich mich, wo ist Premier League? Wo ist Serie A? Wo ist La Liga? IA? Na gut, dann haben wir... Bubble. Auf jeden Fall würde ich sagen, ähm, öffnen wir das nächste Pack. Hallo. Genau. Sechs Stück noch, und 13 macht sieben. Wir öffnen das siebte Pack, Leute. Das siebte Pack ist am Start. Und ich bin gespannt, wer drin ist. Vielleicht haben wir wieder Luck. Wie gestern. Metallhand. Bitte. Und... Wieder keiner. Ach, Mann. Tja. Also, man hat auf jeden Fall riesen Luck. Finde ich hier, ähm, die Skillboots zu öffnen. Auf jeden Fall. Ich hatte vorhin wieder fünf Stück von denen gehabt hier. Fünf Stück von den Tods Ultimate. Das ist ja auch nicht immer. Ähm, von daher habe ich da eigentlich schon ziemlich Luck. Aber bei den Spielern hier nicht so. Auf jeden Fall brauche ich hier... Man braucht ja einfach 450 für den 96er Lewandowski. Dann merkt man eigentlich schon, dass die nicht so hinterher geschmessen werden, die 100-Bus-Spieler. Oder überhaupt die starken Spieler wie bei, äh, wie bei Mobile Shiner. Das ist mir auf jeden Fall wirklich sehr aufgefallen. So, nächster Spieler. Oder nächstes Pack. Bitte. Ah, wieder Kai. Noch Mann. Mann. Also, wie gesagt, Leute. Ihr könnt mir gerne eine Anfrage schicken auf, ähm, ja, Liga-Anfrage Skywalker-Army. Und dann werdet ihr eigentlich eingelassen. Wenn ihr FIFA Mobile Korea habt. Also, wie gesagt, ähm, auf Google eingeben. Tab, tab. Und dann auf jeden Fall runterladen. Und dann auf jeden Fall auf Tab, dann dann FIFA Mobile eingeben. Und dann müsste es eigentlich dann, ähm, kommen. Natürlich mit Heum und Sonnen drauf, ist klar. Müsst ihr auf jeden Fall schon achten, dass Heum und Sonnen drauf ist, auf dem FIFA Mobile. Sonst ist es kein FIFA Mobile Korea, Leute. So, nächstes Pack. Vier Packs noch am Start. Und ein Spieler. Oh. Wir haben einen Spieler. Wir haben einen Spieler. Wir haben einen Spieler. Wir haben einen Spieler, Leute. Wir haben einen Spieler. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Leute. Wir haben einen Spieler. Das steht na eins, Leute. Das seht ihr, ne? Das seht ihr, ne? Na eins. Wir öffnen das Pack. Welcher Spieler ist drinnen? Welcher ist drinnen? Wir haben 89er. Alter, Obermeccano. Geil. Wir ziehen Obermeccano 89. Alter, wie geil ist das denn? Oh, holy moly, Leute. Geil. Gestern Harland gezogen. Heute Obermeccano. Geil. Die kann man ja hier bekommen, Leute. Die kann man ja hier bekommen. 89er Obermeccano für, sagen wir hafte 115 Bundesliga-Punkte. Alter, geil. Wir ziehen Obermeccano. Die werden wir einfach jetzt gleich lockerflockig schön hier einsetzen. In meinen Kader. Auf jeden Fall. Nichts, jetzt trotzdem nur noch drei Stück am Start. Drei Packs werde ich noch öffnen jetzt. Ja, vielleicht ziehen wir ja noch einen Spieler. Ich bezweifle es zwar, aber es kann ja sein. Ich bezweifle es zwar, aber es kann ja sein. Dass wir noch einen Spieler ziehen. Wir ziehen. Was, 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 was? Wir ziehen noch einen Spieler. Wir ziehen einfach noch einen Spieler. Ach, du heilige, kacke. Wir ziehen einfach noch einen Spieler. Ach, du heilige. Ach, du heilige. Ach, du heilige. Wir ziehen noch einen Spieler. Ganz ruhig, Sky. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Sky. Ganz, ganz ruhig. Wir ziehen das Pack. Ich mach es auf. Der Spieler ist drin. 92er Harvats. What? What? Leute, ich zeige es mir jetzt mal ohne Cap. Ich zeige es mir jetzt mal ohne Cap. Ich zeige es uns an. Ich gehe bald wieder zum Friseur nächste Woche. Und wir ziehen einfach Harvats. Wie geil. 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 Wie geil ist das denn? Wir ziehen Harvats 92. What? Alter. Den kann man ja hier übelstrahlen bekommen, Leute. Von heute. Alter. Als ob ich hier Harvats ziehe. Alter. WTF. Wir ziehen das nächste Pack. Wir müssen hier noch einen Spieler ziehen, ne? Alter. Dann absolut. Eskalation hier. Alter. Ne. Nein, es ist mir auch nicht das letzte Pack für heute. Alter, Leute. Ist das heftig. Erst um mit K-189. Dann Meisterspieler. Boah. Oh mein Gott, ne? Ja. Das war's, Leute. Aber. Alter. 92er Harvats. Wir ziehen einfach 92er Harvats. What? Alter. Ist das heftig. Wir werden jetzt erstmal locker flockig. Schön mal ein Team einbauen. Erstmal hier schön über Meccano. Schön über Meccano hier mein Team. So. Zack. 79er. Und jetzt hier. Alter. 51 und 92, ne? Haha. Schön Harvats 92. Tottspieler. Ähm. Das bringt auf jeden Fall mein Team gleich mal auf die 82. Alter. Ist das geil, Mann. Wir ziehen einfach Harvats 92, Leute. Geil. Haha. Das ist lacker. Keine Ahnung, Leute. Aber wie wollte ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu schönen Schlag Sky. Und bis Angriff, Leute. Ich bin raus, sagen wir es morgen. Skywalker. So. By the way you are. We always leave me. But you breakin' down my walls again. Don't sue set me free. Why do I baby? Why do I? Love the way you are. We always leave me. Why do I baby? Why do I? Love the touch. But never love the feeling. Bis zum nächsten Mal.